Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Kritik hier auf Penread Music und heute geht es um das neue Album von Corinne Bailey Ray, Black Rainbows. Es ist schon ein paar Jahre her, dass Corinne Bailey Ray so einen richtigen Hype erzeugen konnte. 2006 wurde sie auf der renommierten Sound-Off-Liste der BBC auf Platz 1 gewählt und ihr damit große Chancen auf den Durchbruch prophezeit. Und dieser Durchbruch, der ist dann tatsächlich geschehen, denn ihr selbstbediteltes Debütalbum hat sich direkt auf Platz 1 der UK-Charts gesetzt und diese Hit-Single damals war Put Your Record On, die man glaube ich schon mal gehört hat. Dem beruflichen Erfolg folgte eine sehr tragische Lebensphase. 2008 ist ihr Ehemann verstorben und zwar in einer Überdosis und dementsprechend haben sich die Themen des zweiten Albums dann um Trauer, um Zeit und um Liebe gehandelt oder behandelt. Das war eine ganz andere Seite, die sie dann zeigen hat müssen fast schon. 2016 ist dann das dritte Album erschienen, das hat The Heart Speaks in Whispers geheißen und hat wieder fröhlichere Töne angestimmt. Da war wieder mehr Pop und wieder mehr Soul zu hören. Und jetzt ist eben Black Rainbows rausgekommen und das ist schon was, wo sie sich so richtig endgültig von diesen normalen, gängigen Pop- und R&B- und Soul-Mustern trennt. Und sie versucht gewissermaßen so grenzüberschreitende Arrangements zu präsentieren und vor allem ihre afroamerikanische Herkunft zu zelebrieren. Das ist das, um was es hier auf diesem Album geht. Dafür findet Corinne zahlreiche aufringende Ansätze, muss ich sagen. Die zehn Songs sind voller Lärm und voller Wut, aber gleichzeitig auch voller Sanftheit, voller Schönheit. Und da kommt ein sehr interessanter Mix heraus. Das Album ist herausfordernd, das galoppiert auch ziemlich dahin, an manchen Stellen zumindest, nur um dann in wenigen Augenblichen später wieder komplett sich zurückzulehnen und ganz gediegenes Tempo zu präsentieren. Das sind dann auch so Retro-Klänge, die man immer wieder bekommt und es gibt ganz viele elektronische Einflüsse auch auf diesem Album zu finden. Mechanische Beats beispielsweise oder auch Verzerrungen. Aber ja, da gibt es eben auch diese ganz ausgedüftelten Jazz-Variationen, die Corinne Bailey Ray auch immer wieder präsentieren will und eben auch präsentieren kann. Da darf zum Beispiel auch mal das Saxophon triumphieren. Inspiriert für dieses ganze Konzeptalbum hat sie eine Ausstellung in Chicago über die Black History. Also da waren sehr viele sehr eindrucksvolle und beeindruckende Dinge ausgestellt und die haben dann eben Corinne Bailey Ray dazu inspiriert, dieses Album zu machen. Es geht um die Herkunftsfrage, es geht um dieses generationenübergreifende Trauma und es geht auch um Hoffnung und natürlich auch um Stolz. Das bekommt man direkt auch im Opener, A Spell, A Prayer zu hören, wenn sie will long to arc her arm through history to unpick every threat of pain singt. Also geht gleich zu Beginn so richtig los. Oft bleibt nur wenig Zeit, um so richtig Luft zu holen. Erasure fällt mit ziemlich großer Verzerrung auf, hat Rock-Elemente zu bieten, die man von Corinne Bailey Ray bisher so noch nicht gehört hat. Es geht um die Ausbeutung von versklavten Kindern und die Sängerin findet auch einen sehr eindrucksvollen Weg, ihre Worte eben so richtig zu untermauern. Das bekommt man auf Erasure sehr schön mit. Es ist nicht unbedingt beklemmend, aber sehr eindringlich, wie sie alles hier eben angeht. Es ist aber auch nicht der einzige Rock-Song, den wir auf diesem Album zu hören bekommen, denn da gibt es dann auch noch dieses relativ kursausfallende New York Transit Queen. Und das ist schon etwas, das geht schon ziemlich stark in Richtung Punk-Rock und macht mir natürlich sehr viel Spaß. Es ist sehr hoch energetisch, es hat sehr viele Claps, ist ziemlich unerwartet gekommen, aber sehr gut im Allgemeinen. Ihre Vielseitigkeit ist aber definitiv hörbar, da sind beispielsweise so Tracks vorhanden wie Red Horses, das kann man fast schon als romantischen Disney-Track, als romantische Disney-Hymne sehen, die mit ganz vielen Glocken spielen und auch mit Streichern ganz eine zärtlich schöne und romantische Geschichte über eben eine Beziehung, über ein Zusammenleben erzählt. Sehr schön gemacht. In He Will Follow You With His Eyes wird dann die Schönheit besungen, die schwarze Schönheit besungen und Corinne lässt sich von einer Schar von so Flöten umgarnen. Auch hier wieder etwas Romantisches, sehr schön. Hier regiert dann aber auch gleichzeitig der Jazz, hier regiert vielleicht auch ein wenig der Bolero, bis dann die Zerstörung einsetzt, eine Art Zäsur so richtig daherkommt und die Verzerrung alles überdeckt, alles übernimmt. Corinne singt My Black Hair Kinking, My Black Skin Gleaming. Das kommt immer und immer wieder, das ist so ein Mantra und das lässt sich dann so gewissermaßen outfaden. Also da passiert sehr viel in diesem Song. Put It Down ist dann das achteinhalbminütige Brett dieses Albums, der längste Song und sicherlich auch der dramatischste Song der Platte. Raid zeigt hier extrem viele Emotionen, eben diese Wut, diese Trauer, diese Hoffnung, diese Schönheit, alles das bekommt man hier mit. Das wird sehr schön transportiert und so gibt es auch einen sehr abwechslungsreichen Track. Zumindest zu Beginn, da gibt es eine Entwicklung, sie schlägt auch den Bogen von Streichern hin zu Synthies, fällt aber dann insgesamt vielleicht ein bisschen zu lange aus. Also der Track dauert einfach zu lange, es passiert vielleicht dann schlussendlich doch nicht so viel, wie sie gerne vorgehabt hätte. Peach Velvet Sky ist Harriet Jacobs gewidmet, einer der bedeutendsten afroamerikanischen Schriftstellerinnen der USA, die sich viele Jahre in einer kleinen Dachkammer vor ihrem Sklavenhalter verstecken hat müssen und da aus der Ferne nur sehen hat können, wie ihre Kinder groß geworden sind oder groß werden, ehe sie dann die Flucht antreten haben können. Und Corinne Ballyray versetzt sich in diese Lage und schreibt ihr eben ein Lied. Es ist sehr schön, es ist eine sehr wuchtige Ballade, die eben auch eine gewisse Aufbruchstimmung symbolisiert. Abschließend klingt Corinne Ballyray sogar noch ein wenig wie Kate Bush in Before the Throne of the Invincible God. Da holt sie noch einmal die Glockenspieler vor, da gibt es auch noch mal ein paar Holzbläser zu hören, die man eben schon früher auf diesem Album auch schon mal gehört hat. Also insgesamt war dieses Album sehr abwechslungsreich, sehr spannend, sehr schönes Konzept, wirklich eindrucksvolle Texte, sehr, sehr eindringlich. Es ist ein sehr fulminantes Album eigentlich gewesen mit sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Das war einfach sehr gut, herrlich stringentes Konzept. Ich kann ihm 8,2 von 10 Punkten geben. Das war die Review zum neuen Album von Corinne Ballyray. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte likes das Video, abonnierst den Kanal, schreibt es in die Kommentare, wie es euch damit so geht. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Kritik hier auf Parnrid Music. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und ciao.